Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3. Heute in der Dreierschlacht mit Colmar Sport und meine wenigstens. Und wir versuchen heute mal uns an der Panzerschlacht mit drei Leuten. Wir sind übelst anvisiert, jetzt nicht mehr. Jetzt schieß. Ich sehe doch gar nicht, wo du angepeilt hast. Hier Richtung DEE. Da habe ich einen Zofl am Amisius. Wo ist E, Leute? Vor uns. Jetzt ist raus. X, 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 X. Wer hat's drauf? Wer hat's drauf? Nochmal schießen. Ja, ich bin jetzt am Nachleihen, jetzt ist raus. Jawoll. Zofl am Weg. Da hinten ist ein Chopper. Den Chopper. Könnt mich rollen. Könnt mich bestehlen. Wie ist denn nichts los? Wo sind die ganzen Gegner? So, voll. Oua. Da drinnen ist ein RPG. Der steht da. Ab ihn. Ah. Bleibt mal stehen. Rappen, 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 Leute. Wir sind am rappen. Wir machen hier alles platt. Ich habe vergessen, natürlich die schöne Stöbchen-Müchchen anzumachen für euch. So, wo müssen wir hin? Ach komm, wir sind ein. Na eh, hier. Volle Pulle. Lass rocken den Schlitten. Na, ist unser Hubschrauber. Den schießen wir ab. Und das ist meine voll große Dreier BMW. Genau, das ist unser großer Dreier BMW. Haben wir uns heute fest vorgenommen. Voll groß tiefe gelöckte Schatten. Der lebt doch. Da hinten ist ein feinlicher Panzer, glaube ich. Aua. Ja, der schießt ganze Zeit. Da ist er. Jetzt zurück. So, weiter, zurück, 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 zurück. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Der steht jetzt hier hinter. Dahinter der Wand ist er. Irgendwo. Das ist anti-air. Da hinten. Hupschrauber. Da ist ja nichts los. Das ist ja wansinn. Hupschrauber. Das kann ich nicht haben, wir sehen, ist zu weit weg. Weiter, shit. Ah, krieg ich da. Bei uns. Panzer links. Beweg dich! M67 Granate. Der ist gerade aus dem Panzer ausgestiegen, irgendwie. Jawohl, ich habe ihn. Der Barrier noch. Colmar ist schon wieder da. Nein, Bug. Fliegen wo ein Sniper noch. Oh, meinst du, er schießt. Hast du nicht geschossen, oder? Habe ich da schon. Ich schieße auch mit Raketen, Suchraketen. Oh, ich slough. Alter, da siehst du mal, was die Heli für eine Übermacht sind in dem Spiel. Voll die Übermacht. Wir gehen zu EUS-Einsatzort. Oh Gott. Wer ist da? Wer noch? Wer möchte was von uns? Wer möchte was? Hier, Heli, komm! Komm, Colmar! Heli, komm! Nee, Andi fliegt! Andi, komm! Andi fliegt! Andi, komm! Wir machen heute alles. Ein bisschen Panzer, ein bisschen Flugzeug. Hauptsache, die Füße qualmen lassen. Havok, rechts. Oh, wir haben zwei Leute, einer hört dich nicht. Geh dich mal, links, links, links. Eihige Scheiße, und Kanon, boah! Ich repariere und da passiert nichts, warum? Ich muss schon treffen. Er repariert nicht, warum? Flasche leer. Jetzt geht's. Irgendwie eigentlich, wir stürzen ab. Stürzen nicht ab. 100%. Hey, I just met you. Ah, kommt ein Jet. Wir sind angepeilt. Mein Gott. Wieso Selbstmord? Ja, weil ein Jet in uns reingeflogen ist. Was sind das für Spastis? Unser eigenen, oder was? Ne, ge, ge. Ich wollte gerade sagen, alter. Andy, hast du auch Lenkraketen drin? Glaube ja. Okay, wir sind da, wo wir sein wollen. Das Einsatzstil wurde neutralisiert. Ich ring hier übelst ein aufs Maul, Leute, weil wir hier nichts machen. Überhaupt kein guter Panzerfahrer. Der einfach zu wenig los ist. Da ist eine Herbock über B. Und andere Feindlichstätten sind wir proberen Jett, 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 Jett hat gefleert Flair War zu spät Quicky Leg down In Ordnung, Operation 2, 1, 2, 1 Gib den Tipp, immer kurz vorm Schießen ein bisschen hochziehen Rechts aufm Kran Punkt wiederbeschaffen X, 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 X Bringt nix Sieht gerade außer auf uns zu, müssen nach hin, da ist ein Panzer Volltreffer Also, wir haben das Einsatzziel verloren Aufm Kran Anvisieren Kran rechts Jetzt ist er schon weg Kommt ein Panzer Oh ne, ein Panzer bei uns Aufm Kran Treffer X Jawohl, Fahrzeugkampfunfähig Jawohl, Fahrzeugkampfunfähig Wie es auch mit der normalen Kanone, zwischendurch immer mal Das war's Travelen Achtung, in unserem Gebiet ist ein feindlicher Sniper Rücken mit äußernder Vorsicht weiter vor und runter Heli Weitere Weg Ah, ist ein Anti-Airpanzer Gehen, Monster direkt Welcher Seite? Redet doch mal welche Seite Ja, ich bin der Ich schieß Oh, sie sind ja jetzt gestorben Er ist gestorben? Der Gegner Doch mich Äh Ich seh hier nix Mine Wer legt denn hier bitteschön in Mine Kann einer von euch bitte fahren? Ich hasse fahren Danke Ich Hier ist die drei im Panzer, komm Ich hasse das Fahren Jeder findet ein Panzer Ich weiß nicht, dass jeder Lenker geht drin ist Kacke Ja Meins, 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 meins Bist du auf der dritte Hedding? Ja, genau Panzerin Hehehe Oh, ich schieb dich weg Denk doch nach links, meine Fresse, ey Hehehe Meine Fresse, da kommt ein Jet Ich fahre wieder zur Base, ja Kommt noch ein Jet Hab ich Wo ist er denn? Über uns Über uns Ist abgestürzt Ich höre Andy Ich hab Ich hab grad ein Megastandbild gehabt Ja, ich auch Server lag Hat nicht an uns gelegen, Leute Da, Schießer, der nächste Was ist er? Leck mich doch Oh, wer ist ein zweiter Der ist tot Der bübelst grad irgendwie voll von Panzern So, wo gehen wir jetzt hin? Der Anti-Ear? D wird er wieder eingenommen Ah, okay Hast du den genommen? D Er ist ein Panzer Ich hab was angepeilt Schieß, Kolmar Wo denn? D Ah, das ist uns, das Fahrzeug Ist egal Weil ein dummer Vollidiot sein Panzer hier abgestellt hat und nichts gemacht hat damit Ah, den nehm ich mir Ah, den nehm ich mir Bende! Gut Ah, warum sieht den denn keiner? Meine Krise, sie läuft hier um uns herum, ey Ich hab da mit Zweig immer übelst gerockt mit Das liegt ja auch vielleicht hier grad an der Map Also bei Panzer ist Golf von normalen hier meine Favoriten-Map Inbindung Vielleicht soll ich mal ein paar Vloggen auch einnehmen. Ich bin schon auf dem Weg dahin. Wir kommen in Richtung B. Warum muss ein Auto stehen? Jetzt hänge ich fest oder was? Wir drehen uns im Kreis, weil das so schön ist. Was? Was? Wo schießen wir da? Denk ich mir auch gerade, echt. Wir sind unterwegs in meinem Panzer, oder? Gibt's doch nicht, Alter. Gott, dann. Das heißt, der Stil ist nicht mehr in unserer Hand. Oh Gott. Gott sagt man erster Ou. Ja. Hier dak, hier. Da implicattet. Ja. Hinter uns ist einer? Ja, gleich. Ach, vor uns auch, hinter uns, vor uns. Ja, ja, ja. Ach, viel zu viele. Jetzt kommt, weil bei uns hier keiner was macht. Irgendwie ist das eine richtig asoziale Runde. Ja, jetzt ist er auch jetzt leckt schon wieder.